Finde ich sehr, sehr respektvoll gegenüber Max. Das meiste ist halt wirklich in den letzten ein bis zwei Jahren passiert davon. Und zwar schauen wir uns das nächste Video an, auch von Dave. Und zwar ein sehr, sehr schönes Video. Und zwar mein Weg zu einer Million Abos. Ich sage es euch, wie es ist. Wenn es einer verdient hat, ist das Dave. Weil Dave hat letztes Jahr und vorletztes Jahr, was Content angeht, die Maßstäbe so gigantisch gesetzt. Das ist extrem krass. Ich denke, auch ein krasses Vorbild für viele da draußen. Hier, wie hat Tim Gabels beschrieben? Der deutsche MrBeast. Ich würde sagen, da ist doch auf jeden Fall noch eine Differenz, klar. Aber trotzdem, sehr krass, was in dem Jahr passiert ist. Wir schauen uns heute das Wohl-Abo-Special an, wenn ich das richtig verstehe. Wir gehen rein. Alter, dieser Moment, so einen Moment mal erleben zu dürfen. Das ist wirklich, das wäre der Traum. Das wäre ein Traum. Das ist vor allem komplett krank, wenn man überlegt, wo wir herkommen. Also über Jahre hinweg mit so einem shitty Recorder von meinen Eltern, übelst painig die Sachen in schlechter Quali aufgenommen, Probleme gehabt, die auf den Rechner zu bekommen und vor allem mich nicht selber sehen können bei der Aufnahme. Hört sich nicht so krass an, war aber über Jahre hinweg das größte Problem, eins der größten Probleme von Creators. Und mittlerweile geht das unendlich easy. Ah, direkt mal ein Placement reingehauen. Ja. Aber gut, das Placement gönnt man dann auch. Ich habe das neue Google Pixel Fold zugeschickt bekommen und das als Beispiel dafür, was sich in den letzten Jahren getan hat. Ich habe einen Bildschirm, ich kann mich sehen mit der Frontcam in komplett kranker Quali, alles aufnehmen, das Handy benutzen, um zu planen, zu drehen. Ich muss sagen, aber ich finde die Quality jetzt von dieser Aufnahme nicht so geisteskrank. Aber finde ich es, äh, ja, schwierig zu schneiden, wirklich alles in einem Gerät machen zu können und dazu die Sachen einfach von A nach B bekommen. Sie einfach von dem einen auf den anderen Bildschirm in die Cloud ziehen, sodass meine Cutter damit weiterarbeiten können. Auf dem einen Bildschirm Video schauen und auf dem anderen weiterarbeiten. Das sieht immer so hart einfach aus, aber versuch doch jetzt mal was in die Notizen reinzuschreiben. Dann schiebt sich unten noch so eine halbe Tastatur auf und dann ist dieses Display auch nicht dafür geeignet, drauf zu arbeiten. Da muss ich jetzt ehrlich mal Displays mit fronten. Weil wenn du jetzt da unten rein tippst, was kannst du? Ja, du kannst sie gleichzeitig angucken, ist super geil. Aber du kannst damit nicht arbeiten, meines Erachtens. Das ist wirklich verrückt. Wirklich, wirklich verrückt, was ich in den letzten... Das ist wie der Splitscreen beim normalen Handy. Sobald du einmal die Dings öffnest, einmal die Tastatur, kannst du für einen Arsch. ...die angetan haben. Wir haben gerade den YouTube-1-Million-Playworden abgeholt. Wir haben den hier rausgenommen. Sondern in diese unfassbar schöne, luxuriöse, vollkommen zu Recht... Digga, what the fuck, seit wann kommt das denn in so einer... Nein, das ist ja das Special, ne? Achso! Guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, jetzt zeigt doch... Okay, das ist dick. Digga! Juhu! Ja, rein da. Junge, wie geil. Sitzen! Sitzen! Bitte, hinten. Okay. Okay. So, jetzt darfst du. Okay. Wir haben eine Kleinigkeit für dich. Ja, dieser Moment muss so einzigartig sein. Generell. Einfach so ein Sub... Äh, so ein Abonnenten-Button. Leute, wenn... Da drauf... Ich schwitze da so drauf. Ich schwitze da so hart drauf. Irgendwann. Ich werde kämpfen, auch wenn ich bis zu meiner Rente dran hänge. Irgendwann werde ich zumindest einen Play-Button hier hängen. Also, nicht hier, aber bei mir hängen haben. Dafür werde ich kämpfen. Ja. Hey, Alter, oh mein Gott. Hä, wie krank. Ja, warte auf. What the fuck? Alter. Alter, wie schwer das Ding ist. Danke. Ich finde das so nice. Es gibt nur einen Ort, der würdig ist für Awards und Ausgleich. Die Toilette. Und das ist zwischen unseren leeren Deodorants. Und den Zahnbürsten, die wir hier so brauchen. Der muss kurz weichen. Und zwar genauer. Neben Maxis. Eine Million Play-Button. Ja, und hier steht jetzt immer der ganze Scheiß rum. Aus den Bädern. Die müssen sich jetzt hier etwas überlappen. Tut mir leid, Alter. Dann mach doch den Gang zu der Toilette voll mit Awards, Alter. Nee, das ist geil. Das ist... Ey. Ich schwirrste so hart auf so einen Award und die haben einfach fünf Stück. Natürlich auch mauslos verdient. Ja. Wunderbar. Oh, wir bekommen Recap. Oh, geil. Oh, das ist geil. Oh, Gänsehaut. Hey, meine lieben Freunde. Heute geht es um fünf Dinge, von denen jeder geträumt hat. Geil. Aber manchmal auch doof. Ich finde es so krass, wie Menschen sich einfach während dieser Zeit verändern, dass es gibt... Wenn ich mir das angucke und meine ersten Videos, dann denke ich mir auch so, irgendwie schon Kringo. Aber, was, was, wie werde ich aussehen, wenn ich irgendwann mal diesen, diesen Punkt vielleicht geschafft habe. Ey, das ist so, ich finde so Rückblicke so, so nice. So, Tag Nummer zwei meines 30-Tage-Projektes. Hey, meine lieben Freunde, was geht denn her? Willkommen zu meinem neuen Samstagsvideo. Ja, ich weiß, lang ist es her. Es tut mir leid. Hallo, heute beantworte ich nicht nur eine Frage. Ab da, ab diesem Moment kenne ich ihn. Ab diesem Moment kenne ich ihn. Ab dem Moment, wo er mit angefangen hat, mit Max Videos zu machen. Sondern ich gebe euch gleich fünf Antworten auf Fragen, die sich jeder von euch schon mal gestellt hat. Mit Max. Was geht, ich bin Max. Dann gestartet bin ich damals mit irgendwelchen Standard-YouTube-Videos, die im Prinzip von einer Menge anderen Leuten deutlich besser gemacht wurden als von mir selbst. Ich muss an Fantreffen zurückdenken wie XXL-Cuber-Days. Die Video-Days, Web-Video-Preise, in denen man nur ein paar Meter entfernt von den Leuten stand, von denen einige mittlerweile zu echten Freunden geworden sind. Und am Ende war es einfach über Jahre hinweg ein Riesenspaß und nur Hobby. Privat ging es dann für mich weiter mit Schulwechseln, neuen Leuten, neuen Freundeskreisen. Und wahrscheinlich war es mir einfach ein bisschen zu unangenehm, diese Videos tatsächlich weiterzumachen, weil ich nicht wusste, wie der neue Freundeskreis auf sowas reagieren würde. Aber irgendwie wusste ich, dass tatsächlich einfach was fehlt. Und zwar mein größtes Hobby, nämlich YouTube-Videos machen. Die Schule habe ich dann fertig gemacht und plötzlich stand ich wieder vor der Frage, was will ich eigentlich machen? Was will ich wirklich in meinem Leben? Und glücklicherweise habe ich dann eine Stelle in Berlin bei Studio 71 angenommen, was damals das größte YouTube-Netzwerk war. Und in dieser Zeit habe ich auch Max kennengelernt, der relativ früh erkannt hat, dass ich eigentlich Lust habe, selber YouTube-Videos zu machen. Ey, das finde ich so unfassbar krass, dass er einfach... Es gibt so viele, die theoretisch nur da sind, weil irgendjemand anderes demotiviert hat, die vielleicht auch unterstützt hat in den Videos. Und die so richtig, sag ich mal, undankbar darüber reden, sondern so sagen, ja, du hast mich zwar dazu gebracht, aber im Endeffekt war das meine Leistung. Es gibt so viele in dieser ganzen Bubble. Und einfach so zu sehen, jetzt bei so einem Highlight, dass er einfach ohne ganz trocken einfach nur anspricht, ey, ohne Max wäre das gar nicht. Finde ich sehr, sehr respektvoll gegenüber Max. Natürlich, die sind auch beste Freunde oder so, oder zumindest saugut befreundet. Aber trotzdem finde ich mittlerweile nicht mehr selbstverständlich, dass sowas gemacht wird. Gönne ich, also gönne ich beiden, so hart, so nice. Und mich ermutigt hat, genau das zu tun. Am Anfang auch wieder eher schlecht als recht, mit Videos, die man von anderen Kanälen kannte und die von anderen Leuten schon deutlich besser gemacht wurden. Aber irgendwie konnte ich Erfahrungen sammeln, hab gemerkt, was funktioniert, was gut ankommt, was schlecht ankommt und woran ich selber Spaß habe. Irgendwann hab ich gemerkt, dass ich tatsächlich am meisten Spaß habe, wenn ich Dinge tue, die Leute am wenigsten von mir erwarten. Irgendwie sind mir über die Zeit immer mehr Ideen für Formate gekommen. Ich hab mehr Leute kennengelernt und mehr Leute haben angefangen, auf mich zu reagieren. Was dazu geführt hat, dass auch mehr Leute meine Videos und meinen Kanal gefunden haben. Und von diesem Punkt aus hat es sich dann quasi verselbstständigt. Und genau so läuft es jetzt seit nunmehr zwei oder zweieinhalb Jahren. Und mein ganzes Leben dreht sich nur noch um YouTube. Und das ist auch gut so, denn es ist das Einzige, was mir so richtig Spaß bringt. Ich hab's wirklich geschafft. Ich habe mir meinen Flug nach Mallorca geschmissen. Ach! Ja, Mann! Oh, Digga! Glückwunsch, Digga! Einfach, Mann! Fucking testlich! Er will nach Paris! Ey, Junge, ich komm da nicht drauf, klar! Wir fahren nach Mallorca! Junge, die Musik aber asozial laut. Danke für nix, Dave. Und der Witz! Ansgars erster Flug. Und plötzlich stehe ich an der Kante und das erste Mal, dass ich mit eigener Kraft rausspringen soll, bin ich quasi allein. Und dir viel Spaß mit deiner neuen Wohnung. Tschüss. Damit herzlich willkommen in unserem neuen Büro. Was soll ich sagen? Ich hab ne Wohnung. Ich hab gerade die Schlüssel bekommen, den unglaublich hellen. Das hier ist Folge 1 einer zehnteiligen Serie, welche die Planung und Produktion der zweiten Staffel Samuels White begleitet. Hi! Hallo, guten Morgen! Hallo! Es ist schon krass, was der alles erlebt hat, einfach. Das meiste ist halt wirklich in den letzten ein bis zwei Jahren passiert davon, ne? Das ist brutal. Für die Mini-Synchron-Oriente-Espresse. Danke sehr. Guck mal, guck mal da vorne! Es ist no joke. Vier Minuten dritten. Nach all diesen Strapazen stehe ich hier in meinem neuen Auto. Das ist das günstigste, smarteste und atemberaubendste Wohnbauprojekt, das die Welt so bislang noch nicht gesehen hat. Ist auch schön. Die erste Amtshandlung, wir fahren alle in den Urlaub. Herzlich willkommen aus Paris. Ich bin in Paris. Liebe Grüße aus Paris. Nicht nur bin ich das erste Mal in Paris und genieße das hier sehr, sondern ich habe tatsächlich auch das erste Mal so richtig Zeit, alle Videos zu schauen, die ich von Anfang bis Ende gemacht habe. Es bleibt so wenig Zeit, während wir die Videos machen, dass wir gar nicht so richtig realisieren, was wir eigentlich die ganze Zeit machen. Und deswegen gucke ich von Anfang bis Ende alle meine Videos durch. Eigentlich gucke ich die ganze Zeit so. Ach ja, vielen Dank fürs Zusenden des neuen Google Pixel Fold übrigens. Schön die Werbung rein. Aber, und jetzt kommt der Witz, ich kann das auch so komplett in Fullscreen schauen. Einfach ausgeschlossen. Einfach ausgeschlossen. In den größten Videos schauen und in dem Moment, wo es losgeht, klappen wir das zu und es ist wieder komplett in Taschenformat. Also wirklich krank. Deswegen machen wir uns jetzt auch auf den Weg raus. Vor allem raus aus dem Alltag. Das erste Mal, dass ich seit einigen Jahren so richtig Urlaub mache. Ich bin durch komplett Europa unterwegs und habe endlich genug Zeit, mir alles durch den Kopf gehen zu lassen, was über die letzten Jahre alles so passiert ist. Und wollte deswegen diesen Moment nehmen, um auch nochmal Danke zu sagen. Ah, okay. Während jetzt die Seven Wars World Zweitversuch-Videos kommen, macht er also Urlaub. Das ist smart. Ist smart. An jeden Einzelnen von euch, der das über die letzten Jahre so supportet hat. Ihr, die mir hoffentlich erhalten bleibt, auch noch für viele weitere Jahre, damit ich diese Sachen, die ich auf YouTube mache, genauso weitermachen kann. Denn das war mein einziger Traum. Das war mein einziges Ziel. Es hat tatsächlich geklappt. Jetzt eine Million geknackt zu haben. Ist völlig verrückt. Und wir planen damit, genauso weiterzumachen. Natürlich auch nochmal ein Riesendankeschön an jeden aus dem Team, an jeden aus meinem privaten Umfeld, für die das mit Sicherheit auch nicht einfach ist, weil sie über die letzten Jahre immer mal wieder einstecken mussten, weil unser voller Fokus von mir und von jedem aus dem Team einfach dem YouTube-Kanal gilt. Und auch natürlich ein Riesendankeschön an Google Pixel mit dem neuen Google Pixel Fold, mit dem wir das gesamte Video hier gedreht haben. Das ist unglaublich, solche Partner an der Seite zu haben. Und erst durch diese Partner werden die Videos so möglich. Also ein Riesendankeschön an jeden Einzelnen von euch, an jeden aus dem Team, an jeden Partner, ganz besonders an Google Pixel. Ich mach weiter Urlaub. Ey, sauschönes Video. Finde ich so schön. Und ey, wer es Dave nicht gönnt, der hat ganz große Probleme. Weil ich sag's euch, wie es ist, Dave ist einfach so mit der, einer der Kanäle, die wirklich am meisten sich diese Sache in den letzten Jahren erarbeitet hat. Was einfach geisteskrank ist. Ich will mal grad gucken, wie viele Abos er mittlerweile hat. 1,01. Ah, da sind schon die ersten 10.000 wieder dazugekommen. Sei ihm auf jeden Fall gegönnt. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn Dave so weiter durchzieht, dann wird das auch auf jeden Fall Richtung 2 Millionen gehen. Bis zum nächsten Mal.